herzlich willkommen meine damen und herren wir sind noch mal in einem 2 gegen 2 gucken was wird da reißen gegen zwei teammates bin ich gespannt das könnte jetzt sehr sehr interessiert das sollte der ball auf gar keinen fall hin aber irgendwie war das kann auch nie au fuck Ja, gut. Boah. So, da gehen wir jetzt dran. Kriegen den sogar. Oh, fuck, 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 fuck. Ja, vielleicht doch gar nicht so schlecht. Also es war auf jeden Fall gut, dass er ihn bekommen hat. Hab ich ihn noch gedingst? Nee. So, wir Defense. Also wir gehen in die Defense, holen uns hier erstmal noch. Ja, den bekommt er als erstes. Ah, nicht ganz. Können wir uns hier das Nuss holen. Er war ja da. So, das wird nix. Das wird auch nix. Das ist natürlich in dem Sinne doof, dass wir jetzt genau... Oh, ja. Ah, schade. Er kriegt den. Er kriegt den gut. Vorlage war okay. Nicht ganz. Problem war eher, dass der Gegenspieler genau da stand, wo der Ball hinging. Ui. Oh, als ob. Ja, den kriegt er aber. Ja, jetzt muss ich hier das Nuss nehmen, weil sonst kriegt der Gegner das. Ja, das war doch gar nicht so schlecht. Ist er da? Er ist da. Ja, ich hab keinen Nuss. Ja. Oh, schön gemacht. Den hat er aber auch. Geht weiter dran. Okay. Oh. Fuck. Ja, aber wir kommen. Okay. Wir kommen dran, zum Glück. Ne, schade. War ich einen Tick zu weit vorne. Und wie heißt es schön? Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Ja, da krieg ich nix vernünftiges hin. Da war ich übereifrig. Müssen wir uns hier in der Snus holen. Bin komplett aus dem Flow raus. Aber er nicht, aber ich krieg den Ball trotzdem. Ah, schade, er steht nicht in der Mitte. Ne, den lasse ich ihm. Ach, schade. Schade, schade. Aber alles noch drin, alles gut. 1-1 erst. Ja, das wird nicht direkt. Oh, fällt das weiter. Schade. Oh, Kick-Off. Hatte ich in diesem Spiel schon ein Kick-Off? Ich glaub's fast. Oh, fuck. Ja, okay. Alles gut. Ich hab alles noch, was ich brauche. What the fuck? Ja, der auch. Wir warten mal etwas. Jetzt können wir drangehen. Jetzt haben wir sogar überzahlt und ich hab kein Noss. Ah, das ist doch ein Ball. Der lässt sich sehen. Ich hab nicht erwartet, dass der so gut kommt. Ja, den nehm ich. Ah, schade. Ah. Schön. Braucht mich nicht immer. Aber das fühlt sich an wie dir oder Champ. Das fühlt sich gut an. Und das hat auch Spaß gemacht. Das war schön. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis denne. Tschüss. Und nicht vergessen, abonnieren, liken. Hilft nicht nur mir, sondern auch dem Algorithmus. Also dann, tschüss.